Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Gregor, in fünf Minuten kommt der Kunde. Ich bin gleich so weit. Oh nein! Nein! Die ganzen Unterlagen sind kaputt. Was machen wir jetzt? Die Kundenpräsentation? Du komm, kannst meine nehmen. Guck mal, sie sind sogar laminiert. Sie sehen auch noch viel besser aus. Wow, super. Danke, du hast die Präsentation gerettet. Schalten Sie einfach das Gerät ein. Je nach Gerät können Sie heiß oder kalt laminieren. Laminierfolie gibt es in verschiedenen Größen und Stärken. Eine Laminierung schützt vor Schmutz und Nässe, veredelt Ihre Dokumente und verleiht Ihnen Stabilität. Schon nach kurzer Zeit ist der Laminiervorgang abgeschlossen. Hey Gregor, wie war deine Präsentation? Ganz super. Wir haben den Auftrag. Deine Laminierunterlagen haben mich gerettet. Vielen Dank nochmal dafür. Ein solches Laminiergerät sollte in keinem Büro fehlen. Wenn Sie gerne mehr Infos haben möchten, klicken Sie einfach auf unseren interaktiven Laminierratgeber in diesem Video. Also, ein solches Laminieramt ist immer wieder in der Halterflut. Untertitelung des ZDF, 2020